8.0, damit gewinnt er das Rennen für den Liefer der Qualifikationszeiten, eindrucksvoll. Und ich nehme den Sinn, ich glaube, weiter geht es in Wilkenaer bei den Wolfsburg-Weichs. Und das ist ein Rennen England gegen Schweden. Die Flickengestellung der Qualifikation an der Saarab-Abson. Die Flickengestellung der Flickengestellung der Flickengestellung der Flickengestellung. Ja, und Marken ist wirklich, wirklich solid. Und natürlich ist er in der zweiten Lippe, in der letzten Runde. Er ist einer der Top-Koliker, der sich in der Flickengestellung gewinnen. Aber wir haben viele Interessante Rennen im Lippen-Abson. Also, es ist ein Rennen der Flickengestellung, das ist ein Rennen. Sehr gut! Ja, das ist ein Rennen. Ich mache auf den Gewinn, wütend, die Flickengestellung warme. Ja, das ist ein Rennen. Der Flickengestellung warme, hitz mir nicht auf, also muss ich einen Rennen die Flickengestellung der Flickengestellung nehmen. Der Flickengestellung nimmt auch, dass wir immer so in den Flickengestellungen in die Flickengestellung leben Nedenbeachten. Dass ich da 하나 an der Flickengestellung des Flickengestellung überprüfts ist, WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR